Die Lkw-Arbeitsbühne GL54J Allrad bietet verschiedene Abstützvarianten und kann somit den Gegebenheiten vor Ort flexibel angepasst werden. Sie basiert auf einem Allradfahrgestell mit besonders breiter, bodenschonender Bereifung. Sie erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 53,91 Metern. Der obere Arm des Teleskopes kann austeleskopiert werden und ermöglicht so Arbeiten über großen Hindernissen. Der überstreckbare Korbarm erweitert das Einsatzspektrum und ist ideal für Arbeiten hinter Störkanten oder zum Beispiel unter Brückenkonstruktionen. Die GL54J Allrad ist in einem Generator ausgestattet, sodass permanent Strom im Arbeitskorb zur Verfügung steht. Der Arbeitskorb ist in Richtungen verdrehbar und trägt maximal 600 kg. Er lässt sich hydraulisch auf eine Breite von 3,83 m austeleskopieren. Untertitelung. BR 2018